Sportwetten 18.06.2019 Tagesgewinn, 843 Euro Quantenmechanik-Autor D. Seltsamek kennt sie YouTube, die Resultate der gestrigen kostenlosen Prognose liegen vor und es wurden insgesamt 843 Euro gewonnen mit einem Einsatz von 256 Euro. Trotzdem bleibt ein Nettogewinn von etwa 600 Euro. Euro 22, Rumania U21, Croatia 1 und 2, 4 zu 1, 3 Euro 50, 109 Euro 26, England U21, France U21, 1 zu 2, 2 Euro 45, 267 Euro 69, Italia Brasil 1 und 2, 0 zu 1, 2 Euro 25, 602 Euro 29, Bolivia Peru 1 und 2, 1 zu 3, 1 Euro 40, 843, 21 Euro 256, Einsätze gleich 256 Reihen.